Und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer RP mit dabei Misaki-Shan. Grüß dich. Und ja. Eckfestenwald. Letzte Folge waren wir hier oben. Vorletzte Folge waren wir hier oben. Und große Überraschung. Wir müssen wieder in. Wir waren jetzt unter. Ich muss glaube ich gleich mal einen Sound leiser machen bei mir im Spiel. Weil du bist sehr leise. Ich hab den ein bisschen zu laut eingestellt. Ist ja nicht so. Ist meistens bei mir auch wenn ich das Spiel starte, dass es relativ blau ist. Ja, aber manchmal mal geil zu machen. Aber jetzt mal. Schauend. So. Die Valid-Quest, die Dominanz der Party. Genau. Und du hast dann später auch noch, das ist aber so eine blaue Quest, die man immer noch kriegt. Ähm. Wo man dieses Bayanin da ziehen muss. Davon braucht man aber das Zeichen. Das ist halt auch möglich. Das konnte ich leider nicht machen bisher. So. Was soll man jetzt hier machen? Wir sollen einen Minenarbeiter töten. Was töten? Hier. Minenarbeiter. Oh. 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 Ach, der ist auch noch vorne. Und tot. Und tot. Ist jetzt jeder hier noch eingedroppt. Vier Stück noch. Und Cuaro, genau. Da geht da einer. Wir können den Boss eben hier machen. Ich kann gerne looten. Ah, brauchst du den Boss da? Ja. Genau, und hin, ja. Ist ein bösen Goop. Ich hab von hier einen Agur glaube ich. Ja, ein böser Shami. Und wir? Ah, Fremdlich. So. Ah, da versteckt sich noch einer hier. Wir haben nicht gesät. Zwei Stück noch von denen. Ja, da hinten ist mir der nachgesprochen. Lass mich doch wenigstens kasten. Ja, okay. Du darfst auch. So. So. Jetzt können wir auch mal. So. Okay. Die Quest haben wir. Äh, jetzt müssen wir ein Stück zu... Wieso habe ich eigentlich... Ja, ist egal. Wir nehmen mal den jetzt. Was sollen wir jetzt hier machen? Äh, ja, die Golems. Ich glaube hier oben sind wir jetzt bei dem Bragins auch durch, ne? Kommt keine Folge quest, ne? I believe so. Ja, hier oben sind die Spalten. Hier oben sind die Spalten. Äh, ja, die Topaz-Gedöns-Dinger hier. Die Topaz. Die Topaz. Sankt ihr! Start! Okay. Jetzt machen wir was looten. Ja, sechs Stück. Looten. Hier ist auch nur einer. Den hole ich mir. Oder eher mich. Traurbar? Wir gewinnen. Ich hab einen gegründet. Wo denn? So hat der zweite aufgefangen. Nein. Oh Gott. Ich rette dich. Aber halt rein. Okay. Da sind auch noch Träume. Und dann hier links eine feine Träume für dich. Eine feine Träume? Hier ist ein vergrabener Schatz. Den darf ich nicht ausgraben. Was ist da los? Gut. Drei Topaz noch. Wenn jeder das Teil droppt. Zwei noch. Und ich. Ja. Und ich. Ja. Und ich. Wär auch nicht. Die Kollegen brauchen wir auch. Die Erschütterungs-Stein-Geister. Die. 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 Die, die. 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 weiter geht's oh Gott, 8 Stück von mir oh hä ist das da hinten in der Dungeon schon? Nein, das nicht. Der Sun Temple ist da unten, wenn du auf den Minimack guckst. Sun Temple, ja. Was ist das hier für ein Dungeon? Goldener Gipfel. Ist ein Raid, ne? Weiß ich nicht, ich war da noch nie drin. Was? Oh Gott, 4 von den Steingeistern. 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 Daft, Sigmund, Flamell, Haraki, Raksa, Gidea, Sigmund, Flamell, Haimone, Flamell. Drei Stück noch und da war noch eine Truhe, hast du gesagt? Genau. Okay. Bei dir droppt der Kram immer zu 100%? Nein. Lass mich in Ruhe. Das ist doch super, wenn er durchgekommen ist. Weg. Sigmund, Flamell, Lea, Raksa, Flamell. Geis zu, ha! Äh, fast zu 100%. Und? Nein. Ich hab wieder den Mund... Das ist die Strafe, weil ich den Mund jetzt aufgemacht habe. Oh jee. Probte ich es 100 Mal gar nicht. so ja wir brauchen noch einen topaz gedöns hier von den kollegen ok der hat gedroppt jetzt brauchen wir noch von den normalen erschütterer ja genau man die eine quest ist jetzt schon fast folgenfüllend da ist einer sie ihn am horizont grünen stein ja wir haben fertig jetzt will ich mir mal eben das mount hier noch in die leiste ziehen dämonos und lichtkalypto dämonos und lichtkalypto wo ist denn das jetzt hier wollen wir mal gucken gehen ja ok wir machen ja aber stellts nicht wieder hier ruhig 6 ein ne da passiert nichts vielleicht müssen wir da im raid sein ah no ab stufe 50 ok ok ich darf noch nicht weil du bestimmt schon nicht nein ich bin wer für 46 was so hier sind wir hier sind wir als lager das ist nicht gut stufe 43 beschwöre steingeister so ich wünsche dir Glück ich wünsche dir Glück ich wünsche dir Glück noch eine quest zum abgeben hier Inugi know you so bestrafe Narun oh Gott Inugi count on you ok ähm ja wir dürfen wieder hoch das ist welche freude wirklich schön da waren wir ja schon lange nicht mehr Ja, das letzte Mal ist schon so ein Jahr her. Ja, gefühlt. Dass wir in diesem Bragi-Lager waren. Na gut. Ups. So, was sollen wir hier auch was machen? Ach, da ist er. Der rauf. Oh ne. Ich wollte den Stein zerstören. Kann ich das aus der Luft? Ne, ich muss ihn usen. Nein, nicht Gildeneinladung. Ich will. Was? Ich lege mich nicht durch. Oder müssen wir die irgendwie nehmen? Warte, auch überlebe den Angriff. Oh, okay. Zack, wir überlegen. Ist falsch. Nein, schaffst du dich übergekippt. Gut, das gleiche Spiel müssen wir drüben nochmal machen. Das war... Da ist er. Na gut. Hat man den nicht schon erledigt? Nein, noch nicht. Okay. Ich glaube... Wir dürfen wieder gehen. So was. Da muss ich gleich mal ins Inventar gucken, weil ich hab noch ne... ...ne große... ...brust. Könnte ich jetzt anziehen und sagen, dass das Oli wird garantiert was. Okay. Brauch ich. Ja, die Brüste machen ganz gute Brüste und Wasser. Machen die sowieso was. So. Am besten wär halt natürlich die Legendäre wie ich zum Beispiel. Ja, aber da will ich jetzt... Also mit Level 65 kann man drüber reden. Da bin ich dann auch bereit für... ...ne? Probierst du ein bisschen zu leveln oder so. Härtungssteine eventuell? Nee, ich warte. Ich warte. Ich spare. Aber wie gesagt, jetzt im Februar werden wir auch für die Rollen... ...werden wir keine Mounts holen. Nein. Dann werden wir uns entweder... ...wenn es gibt äh... ...Rüstungskisten holen. Legendäre. Für Level 65. Oder... ...wir holen uns die Härtungssteine. Jo. Sind wir jetzt hier durch, Freunde? Oder habt ihr immer noch ne Quest? Tatsächlich. Ein gerechter Anführer. Bring Empfehlungsschreiben des Clans zu Nur. Okay. Freund von Inugi. Vom Titel? Das ist nicht gut. Titel Freund von Inugi. Ein Titel der Förderung einer Frieden und Zukunft für die Wüsten begehen geholfen hat. Ist der neu? Da gab es ihn damals schon. Ich weiß es gar nicht. Sind wir hier zum 10 oder? Nee, das ist ein Titel nur hier. Gut. Dann sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Wir danken euch fürs Zuschauen und wünschen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem wann ihr die Folge seht. Und sagen Tschüss. Bis demnächst. Bye-bye. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.